Es ist immer wieder schön, wie die Stimmbevölkerung in der Stadt Bern hinter unseren Schulhausprojekten steht. Darum ein grosses Merci für das Jahr zur Sanierung der Volksschule Engel. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter für den zusätzlichen Schulraum in der Lengasse. Im Engel-Schulhaus können nämlich zehn Klassen einziehen. Wir machen dort eine Tagesbetreuung, ganz im Sinne von Bildung und Betreuung gehören zusammen. Mit der Photovoltaik-Anlage, Fernwärme und zusätzlichen Bäumen ist die Schul auch gut aufgestellt auf dem Weg zu einer ökologischen Zukunft.